Ich bin mit der Firma aufgewachsen, von der Kindheit an. Es ist einfach Freude pur. Unsere Mitarbeiter und Kunden haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Deshalb stellen wir Kunden und Mitarbeiter jeden Tag hier ins Zentrum unseres Handelns. Der Erfolg von Holtec macht die Menschlichkeit aus, die wir sowohl zu unseren Mitarbeitern haben, als auch zu unseren Kunden. Ich bin seit mehr als 41 Jahren im Unternehmen der Firma Holtec. Und für mich steht die Firma Holtec mit ihren sechs Buchstaben für Herzblut, Offenheit, für Leistungsorientiertheit, für Transparenz, Energie und für Chance für die Zukunft. Was mir ganz am Herzen liegt, ist, dass ich ein riesen Dankeschön unseren Mitarbeitern sagen möchte, die es nur ermöglicht haben, dass wir jetzt hier stehen und über unser 50-jähriges Firmenjubiläum reden können. Ich finde es schön, dass wir Anlagen herstellen, die quasi weltweit Einsatz finden und nicht nur punktuell in der Welt. Am Ende des Tages muss der Kunde zufrieden sein. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept auch von einem Familienunternehmen, was wir hier sind. Die Mitarbeit hier jeden Tag mit meinen Kollegen und diesem tollen Team macht einfach Spaß. Wir sind mit Leidenschaft alle gemeinsam dabei, ziehen alle an einem Strang, begeistern unsere Kunden jeden Tag neu. Ganz klar die Arbeit im Team und der Familienanschluss. Man kennt alle Mitarbeiter hier im Unternehmen. Ja, 50 Jahre Holtec bedeutet für mich Kontinuität, viel Fleiß, viel Engagement von uns als Führung der Firma Holtec, aber auch von unseren Mitarbeitern und natürlich auch von unseren Kunden, die immer wieder bei uns kaufen wollten und uns das alles ermöglicht haben. Ein tolles Produkt. Unsere Kunden bedienen mit ihrem Rohstoff Holz einen boomenden Markt, der auch in den nächsten 50 Jahren sich weiter positiv entwickeln wird. Innovativ am Markt auftreten. Ich denke, darüber hat Holtec sich auch einen Ruf erarbeitet in den letzten 50 Jahren. Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern im Stammbaus in der Eifel. Holtec ist erfolgreich, weil sie teamorientiert eine Kundenzufriedenheit darstellt, die es alles gleich ist. Wenn wir was machen, machen wir es konsequent und richtig und langlebig und das wissen unsere Kunden auch zu schätzen. Die Zeit, die ich schon arbeite, in einer sehr netten Firma arbeite und ich hoffe, dass es noch 50 Jahre weitergeht. Der Eifler gilt als sehr bodenständig, was ich sehr, sehr schätze und damit auch die Mitarbeiter sehr lange bei uns im Unternehmen sind. Wir haben eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 16 Jahren. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir können uns auf die Mitarbeiter verlassen. Ich habe das Gefühl, dass jeder Mitarbeiter auch für Holtec lebt. Was Schöneres kann einem Arbeitgeber eigentlich gar nicht passieren. Ich freue mich auf die Herausforderungen der nächsten 50 Jahre, die wir dann sicher gemeinsam auch sehr gut meistern werden. Musik 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 Musik